Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Eine grundsolide Ausbildung ist für jeden Job und jeden Beruf die Basis des Erfolges. Die Management Alliance GmbH bietet Vorständen, Aufsichtsräten und allen, die es werden wollen, eine 360-Grad-Betreuung auf höchstem Niveau. Mit großer Leidenschaft geht Gabriele Bornemann ihrer Berufung nach und bietet Beratung sowie Seminare für Entscheider in den verschiedensten Branchen. Die eloquente Expertin bereitet geeignete Persönlichkeiten ideal auf die zukünftige Führungsrolle vor und gibt ihnen ihr umfassendes Wissen mit auf den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Gabriele Bornemann arbeitet eng mit der erfahrenen Anwältin Dr. Katrin Niviara zusammen und deckt damit auch die rechtlichen Aspekte ab. Management Alliance GmbH in Essen. Kompetent, verantwortungsbewusst, menschlich.